Ich lege die Tricks. Das ist auch ein Stück. Das ist krass, ne? Na hallo. Das ist krass. Das ist krass. Die sind gepflanzt worden Ende Januar. Anfang Februar. Und jetzt haben wir es, was ist jetzt? März. Ende März. Die Erdbeeren, die hattest du schon gehabt. Aber alles, was hier in den Becken ist, ist neu gekommen. Direkt aus den Samen. Das ist so heftig. Hier hinten ist praktisch dann der Überlauf. Und hier unten ist das Aquarium. Wenn der Schlauch hier hoch geht und dann hier überläuft. Und hier drüben nochmal. Das ist so heftig. Und das jetzt auch nur mit eins, zwei, drei, vier, mit sechs, mit acht Lampen, ne? Mit acht... Acht Watt LEDs. Acht Watt LEDs. Voll Spektrum. Also, ich habe ja geahnt, dass es heftig wird. Aber dass es so heftig wird, das habe ich nicht mal in meinen Träumen gewagt zu glauben. Haben nur Wasser bekommen. Kein Dinger. Das ist jetzt nur Wasser direkt hier unten aus dem Aquarium. Okay, da bilden sich halt ein paar Algen mit der Zeit. Aber so richtig... Und das Wasser hier unten, da hast du jetzt Lavasteine reingesetzt, hast du gesagt. Genau. Und Spurenelemente sind drin. Ah, wie Spurenelemente. Also durch Steine oder hast du doch noch irgendwas zusätzliches rein? Ja, Spurenelemente wurden hinzugegeben. Aha. Um die Anfänge in der Aquaristik zu machen. Ah, also... Damit es auch den Fischen und Pflanzen noch gut geht. Aha. Okay. Und das hast du auch so ziemlich am Anfang mit reingetan, ne? Ja, sagen wir mal so nach der Hälfte ungefähr. Also die sind schon gekeimt, nur mit bloßem Wasser. Und erst dann, wo sie schon raus waren, hast du dann extra noch einmal diese Nährstoffe... Ne, was waren das? Spurenelemente? Genau. Hoho. Also das ist heftig. Das hier hinten ist... Tomate? Ne, warte mal. Was ist denn der Stock hier hinten? Ne, den hast du mit reingesteckt. Das sind dreimal Heidelbeere. Ach, die Heidelbeere hast du mit reingesteckt, ne? Alles klar. Aber der hier ist jetzt aus den Samen gekommen. Genau. Das ist der... Was ist denn das jetzt? Die Riesentomate. Ach, das ist schon die Riesentomate. Das müsste bald mal umgetöpft werden. Wird so langsam zu klein hier. Und hier hinten das ist... Eine Urburge. Eine Urburge. Und links daneben eine Tuftsowenie. Okay. Und vorne das ist Buhne, ne? Genau. Buhne. Das ist ein Kleider, da kommt noch. Das sind zweimal Wassermelone und Melone. Ah, aber die hast du auch zur gleichen Zeit gesteckt, oder? Hast du die später gesteckt? Ja, die habe ich... Ja, etwas später habe ich die gesteckt. Also die Tomate kam zuerst und diese Reihe kam etwas später. Genau. Genau. Und die hier hinten hast du aber auch reingesteckt, oder? Also die hast du als Pflanze gekauft? Nein, nein. Als Samen. Ja, ja. Und die hat jetzt schon Bohnen dran? Natürlich. Ist nicht wahr. Ja. Und Ende Januar hast du die gesteckt? Ja, ja. Das ist heftig. Schiebt jetzt auch schon neue Triebe. Eine Brennnessel hast du auch mit drin? Ja, ja. Sehr schön. Eine Brennnessel. Und du hattest was gesagt von dem... Ach, hier hinten ist er. Jawohl. Boah. Ende Januar gesteckt. Und sogar Radieschen und hier... Das ist jetzt... Wie heißen die Dinge? Das ist ein Eiszapfen. Eiszapfen, ja. Kreuzung aus Radieschen und Mertisch. Boah. Ja, mittlerweile Daumen dick. Das ist krass. Da hinten kommt auch noch eine Tomatenpflanze. Die habe ich nur ins Sarumis gesteckt. Hier? Hier vorne. Ach so, hier hast du nicht in der Erde kommen lassen, sondern direkt hier rein. Direkt ins Sarumisbeet. Und dort habe ich noch eine kleine Paprika. Die kommt etwas später. Und eine Melone. Mal gucken, ob die Melone das hier will. Du hast jetzt die Beleuchtungszeit auf 18 Stunden, ne? Genau. Also hier ist jetzt noch ein anderes Panel mit drin. Aber hauptsächlich sind das diese kleinen 8 Watt LEDs, die das hier alles betreiben. Genau. Also die Zeit war jetzt? 18 Stunden. 18 Stunden. 18 Stunden Beleuchtungsdauer. Und wie oft lässt das Wasser laufen? Ja, das lasse ich alle Stunde, also im Stundentakt eine halbe Stunde laufen. Und danach wieder eine Stunde Pause. Bis, also von 6 bis 23 Uhr fast. Okay, durchgängig. Ach so und dann immer halt so wie du es gesagt hast in dem Intervall. Genau. 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 Ja, Entschuldigung. Und das Meer. Ich bin vom link. Passt eine noch mehr Worte,ilia. kr coração. Entschuldigung da vorne. Aber ich kann dich Fitness machen lassen. Vielen Dank.